Ich bin ein Partysauch, schalalalalala, ich mache Montagsflug. Heute ist Tag 2, heute gehe ich auf den Ballermann das erste Mal. Das ist so krass, wie hier so ein richtig schickes Hotel ist, also komplett modern. Und dann direkt auf der anderen Straßenseite so ein richtig abgefucktes Gebäude. Ey Junge, wie das aussieht, hier fehlt sogar ein Fenster. Die bauen da gerade so einen Platten rein. Also die bauen nicht mal ein Fenster rein, die bauen das nur hin, damit es so ein bisschen Wind geschützt ist. Junge, was ein Unterschied. Okay, bevor es zum Ballermann geht, es wird nochmal was aufgetankt. Ich habe hier ein Avocado-Brot mit Tomaten und irgendwas anderem noch. Und ein Rote-Bete-Smoothie. Was ist nochmal Smoothie auf Spanisch? Sumo ist saft. Ja, Sumo. Mein Rote-Bete-Sumo. Schöne Grüße an Ada. Rote-Bete-Sach wird auch im Urlaub getrunken. Schmeckt sogar ehrlich gut, besser als der Saft nur so. So, ich nehme jetzt mein Taxi zum Ballermann das erste Mal. Hallo, Herr. Ich bin Milano. Wie geht's? Gut. Gut. Gut, gut. Der Fahrrad hat gerade mit mir Spanisch noch geredet gehabt. Ich glaube, auf Ernst, ich könnte vom Aussehen her Spanier sein. Hier leben auch sehr, sehr viele, so Nordafrikaner und so Südländer generell in Spanien. Sehr, sehr viele, glaube ich. Und ich werde auch voll oft im Spanisch angesprochen. Heute natürlich Athletico-Trikot an. Das macht es noch mal ein bisschen wahrscheinlicher, dass ich Spanier bin. Wer ist der beste Fußballer in der Welt? Ja. Der beste Fußballer in der ganzen Welt. Ja, der beste Fußballer in der ganzen Welt. Ja, der Barca-Madrid, oder? Hä? Der Barca-Madrid. Nein, der für mich ist jemand anderes. Aber für wer? Für mich ist der Barca. Barca? Ja. Und der beste Fußballer? Der beste Fußballer in der ganzen Welt ist Mbappé. Und der ganze Zeit? Mbappé. Mbappé? Ja. Oha, damit habe ich nicht gerechnet. Mbappé. Okay, verrückt. Mbappé, Bellingham. Bellingham, ja. Aber von allen Zeiten? All Zeiten. Mbappé? Oh nein. All Zeiten? All Zeiten. Leo Messi. Leo Messi? Hey, Leo Messi. Ich habe Messi hier. Nein, Leo Messi. Leo Messi, der beste. Es ist hier. Ich habe ihn hier. Und Maradona hier. Maradona, Messi, der erste. Maradona, der zweite. Pelé, der erste. Und dann? Ronaldo ist? Und dann Ronaldo, und dann? Hahaha, Ronaldo ist gar nicht in der Top 3. Ronaldo ist gar nicht in der Top 3. Und dann Mbappé, Bellingham. Ja, ja, ja. Der beste, Leo Messi. Für mich der beste Maradona, dann Messi, aber ich glaube mit dir. Mit dem anderen. Messi ist nicht menschlich. Er ist unglaublich. Ja. Du bist schon 50 Jahre alt? Ja, 50 Jahre alt. Schau, Maradona. Schau, Messi. Ey, der Mann hat nicht nur Messi live gesehen, sondern auch Maradona als er bei Barca gespielt hat. Junge, ich habe es gar nicht geglaubt, als er mir das gerade erzählt hat. Maradona zu Orange. Boom, 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 boom. Incredible. Ja. Maradona. Ja, ja, er meint, Maradona kann geisteskrank hochhalten den Ball. Es ist wie Zauber. Wir sehen schon, wir kommen langsam an. Hier sind überall Leute. Man merkt so, die Stimmung wird ganz anders. Da, wo wir waren, war so richtig schöner Urlaubsort. Und jetzt kommen so, guck mal, man sieht einfach nur Leute, die feiern. Wirklich, hier sind nur Leute, die feiern. Wie denkst du von diesem Ort? Du denkst, 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 du denkst? Du denkst, 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 du denkst. Es ist relax. Es sind relax. Es sind andere Leute kind oder sind die Leute nice? Oder... Tourist. Ah, jetzt gerade sind die ruhiger. Today relax, calm. Aber zwei Monate vorhin? Zwei Monate? Nein, nein. Sehr laut. April? April ist ab? April ist ab? Ah, okay. Hier? Megapark, hier. Ah, wir sind da. Wir sind da beim Megapark. Perfekt. Hier irgendwo ist Omed. Yes. Das ist gut. So, wir sind jetzt da. Ihr seht, der Megapark. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist so ein Club. Anscheinend soll er ganz berühmt sein. Ich kenne ihn aber auch nur durch Sydney, Eldos und so, weil die hier jeden Tag gefühlt auf Mallorca sind am Feiern. Und wir suchen jetzt Omed. Ich muss den irgendwie finden. Okay, ich bin jetzt gleich bei Omed. Der meint, der kommt runter. Ich gehe aber hoch zu ihm. Warum? Ich werde jetzt noch den taktischen Toilettenbesuch bei ihm machen. Und nicht meine Toilette kaputt machen, sondern seine. Clever. Junge, was ist das hier für ein reichen Hotel? Was ist das? Ich fühle mich wie bei so einer Folge Black Mirror. Gesagt, getan. Okay, Omed, Brudy. Was geht's? Alles klar. Was ist mein Scheiß? Du hast die Hände gewaschen, oder? Doch, ich habe Hände gewaschen. Aber die Toilette ist ein bisschen. Weißt du, wenn du pinken gehst, deine Hände? Toilette ist ein bisschen. Hä, kommt drauf an, wenn ich streame nicht. Echt? Was? Ja, dann gehe ich schnell wieder zurück. Weißt du deine Hände, wenn du pisst? Nee, aber weißt du, was heute machen, Digga? Die machen so, äh, also man sagt normalerweise, wenn du pinken gehst, musst du so Taschentuch nehmen und über dein Pipi machen. Wer sagt das denn? Ja, keine Ahnung, Frauen haben mir die Frage gestellt. Ja, weil Frauen das machen bei ihrer Munde. Nein, aber normalerweise musst du noch ein bisschen Taschentuch nehmen und so über dein Pipi gehen, damit die Tropfen wechseln. Ja, ich mache das nicht, weil wenn ich da rübergehe, wenn ich da rübergehe über mein Pipi mit Taschentuch und dann wieder zurück tue, dann kommt trotzdem noch Tropfen raus. Ja, stimmt. Weißt du, was ich meine? Deswegen tue ich rein, lieber an eine Stelle. Warte, ich sag doch nicht, das ist der Taktik. Hör zu, ich versuche dir zu helfen. Ich mache mein Pipi schnell an eine Stelle, wo der fest ist und dann wird nur eine Stelle nass. Weißt du, weil nur an dieser Stelle ein Tropfen rauskommt. Checkst du? Du darfst ihn nicht so hin und her, weil sonst ist überall so Tropfen. Danke, Hamed. Und Adam, mein Bruder. Ah, Bruder, ihr seid kaputt, ne? Ich merke es jetzt. Bro, wie geht's so gut, Digga? Ich gucke mir gerade das Restland an, Digga. Geh mal ran. Hallo? Hallo, das ist Paypal. Sie haben gerade 781 Euro an Coinbase LSC gesendet. Stimmt das? Wie viel Geld hast du, Bruder? Stimmt das aber? Coinbase? Bro, ich muss das alles zahlen und du machst 700 Euro. Was wird hier aufgedeckt gerade? Digga, du hast eigentlich Geld? Für mich das erste Mal Megapack. Für die hier, Hamed und Adam, sind Kenner. Ja, aber heute ist wirklich geistig. Ist ehrlich voll? Ja, geistig. Ist nicht schon Out-of-Season? Heute ist letzter Tag. Heute ist komplett letzter Tag? Ne, heute ist der letzte Big-Tag. Heute geht nochmal Action ab. Die Leute nutzen auch. 20 Uhr, Malika-Lauftritt. Ja, das heiße ich. 20 Uhr ist das? Ja. Ne, Bruder, ich hab eben gekackt halt bei dir. Hast du auch gewusst? Ja, genau. Wie oft? Kommst du dann mit uns rein? Wie oft? Bis nur noch ganz wenig Kacke dran war. Ich mach immer nach dem Nix dreimal noch fünfmal. Ehrlich jetzt? Ich geh mal duschen. Das Ding ist, ich mach ehrlich jetzt? Ja. Du, dann wisch dich mal ab. Also da geht Kacke und geht direkt in die Dusche. Ja, ich geh immer mit feuchten Tüchern, aber ihr hattet keine. Ja, ich geh immer mit Dings. Kennst du diesen Dusch-Dings? Wie heißt das? Diesen Dusch-Dings, womit man duscht. Bruder, Dusch-Dings, womit man duscht. Du hast mir quasi keine Informationen gegeben. Wie heißt das, Bruder? Was machst du denn damit? In der Dusche normalerweise, oder was? Ja, in der Dusche. Schwamm. Wo du dich abduschst, wo du so dieses Ding, wo du so hier so machst. Ach so. Und das hältst du in deinen Arschloch rein, Digga. Iiii, ach so. Ja, aber von der Toilette aus? Oder nimmst du das aus der Dusche? Nein, ich setze mich über die Dusche. Iiii, ich setze mich so auf die Dusche und halte das über meinen Arschloch. Ja, ja. Weil das Ding ist, bei Adam ist das dann von der Größe im Verhältnis genauso wie diese Toiletten-Dinger, die man sich eigentlich... Ja. Tja. Weil das Ding ist, wir gehen jetzt am Ballermann und ich trinke ja nicht. Adam sagt, wenn man nicht trinkt, schwer auszuhalten. Wunderbar. Das ist wirklich schwer, das ist unmöglich. Digga, es ist so heftig. Man sieht hier so viele deutsche Fußballtrikots, ne? Also so... Bruder, du siehst zweite Liga, dritte Liga, hier laufen alle mit Trikots rum von deutschen Fußballmannschaften. Er sagt gerade, hier sind viele deutsche Fußballtrikots. Bruder, hier sind nur Deutsche. Das ist so eine weirde Aussage wieder von dir. Warum ist das eine weirde Aussage, Bruder? Stimmt doch. Bruder, hier sind nur Deutsche. Ja, aber alle haben Trikots an, Digga. Das ist doch das. Alle haben Trikots an. Okay, wir gehen jetzt nochmal kurz das Essen. Auftanken. Aufladen. Batterie. Ich gebe zu, ich wollte gerade auf cool tun. Ich sage, ja, ich bestelle jetzt auf Spanisch. Ich wollte einen Ananas, wie heißt das? Shake, Smoothie, genau. Und dann habe ich Sumo gesagt, weil ich dachte, das wäre das jetzt mir eingefallen. Sumo heißt Saab. Mein Gott, das hat so cool getan. Er war so mit Ahmed. Er war so mit Adam. Boah, wie krass. Wie geil, da kommt sowas. Egal, das schmeckt bestimmt trotzdem. Es gibt noch mehr Sachen, die danach schmeckt, Digga. Was denn? Er weiß nicht, was man über anderen das Saft zeigt. Ach so, ja, ja. Das, was aus deinem Pip, aus deinem Schwanz rauskommt. Sperma. Spermium. Moment, lass gleich gegeneinander so wettmachen. Aha. Das heißt, ich sage dir eine Aufgabe, du sagst mir, so quasi, wenn ich du wäre hier. Wenn du Eier hast. Ja, wenn du Eier hast. Weil, Bruder, du machst schon Videos, die sind sehr gottlos. Wo man sagt, boah, der hat keine Hemmungen. Doch. Doch. Also, man kann sagen, wir beide sind die mit den wenigsten Hemmungen auf YouTube Deutschland. Nein, 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 nein. Zieh mich da nicht mit rein. Hä? Was soll das? Du bist viel schlimmer als ich. Wer ist schlimmer? Ich sag, du bist schlimmer. Wie? Du bist nur schlimmer, weil du hast auch keine Angst vor anderen Reaktionen. Ein Mensch hat richtig Angst, wie andere darauf reagieren. Bruder, Bruder. Wir drehen die Bibliothek zum Video in Paderborn. Ich drehe einmal mit Daniel. Ich gehe mit Daniel rein. Ich sage so, soll ich hier machen? Willst du machen? So, wir waren richtig am diskutieren. Ich gehe mit Hamid rein. Bruder, gib mir Mike. Gib mir Handy. Er setzt sich hin. Er schnitt Musik ab. Bruder, geht einfach wieder. Wir haben fünf Minuten in der Bibliothek. Er hat direkt gestartet. Und ich sage, das ist mein Call. Von allen Leuten, die ich kenne, bin ich vielleicht auf Platz drei. Auf Platz zwei ist Willi. Und auf Platz eins bis hundert Prozent. Also was du keinen Charme oder so angeht, hundert Prozent. Geht, Bruder. Ich bin schon Gentleman eigentlich. Das hat doch nichts mit Gentleman zu tun. Ja, okay. Man kann beides sein. Ja, okay. Ich nehme... Wir werden wir gleich sehen. So, ich mache jetzt einen Song für Hamid Loko. Okay. Twitch. Mein Album kommt. Twitch 3. Du musst einen Beat machen, Bro. Hamid Loko. Du bist Messi-Fan. Yeah, Messi ist der Beste. Yeah. Und egal was passiert. Du bist immer am Stream und YouTube machen, Alter. Yes. Und du weißt, dass alles... Kleiner Bastard. Er spuckt ihn an, Digga. Okay, wir machen jetzt, wenn ich du wäre. Omid, ich gebe dir eine Challenge, du gibst mir eine Challenge, okay? Okay. Ich sage, die erste Challenge ist nicht dazu, also ist nicht einzeln, sondern direkt eine Duo-Challenge. Du suchst dir jetzt einen, ich suche mir einen. Und wer von den Kandidaten, die wir uns aussuchen, mehr Liegestütze schafft? Okay. Ich habe... Wir machen gerade ein kleines Video, okay? Ja. Wir machen eine Challenge. Ich suche mir einen aus und er sucht sich einen aus. Und die Person von mir zum Beispiel muss mehr Liegestütze schaffen als seine Person. Willst du für mich die Liegestütze übernehmen? Ja, kann ich machen. Okay, let's go. Ich habe einen. Ich habe einen? Okay, warte. Ich suche jetzt meinen. Wir machen gerade eine Challenge, ne? Mein Kollege hat sich wen rausgesucht, der Liegestütze macht. Und ich muss einen Konkurrenten finden, der Liegestütze macht, der mehr macht. Und sein Kandidat ist der im Kaiserslautern-Trikot. Das heißt, ich brauche jetzt einen von euch, der einfach mehr Liegestütze schafft als er. Ganz ehrlich, der hat keine Chance gegen mich. Ja, du musst gegen den in Kaiserslautern. Schaffst du? Ja, keine Chance. Schaffst du? Kein Problem. Okay. Wir haben unsere Kandidaten. Das ist dein Gegner. Servus. Wer ist du? Servus. Ich bin der Simon. Simon? Ich bin der Janus. Janus und Simon kennen die Erländer an. Noch nie gehört diesen Namen, ja? Woher kommst du? Italiener. Italiener? Ja. 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 Okay, okay. Okay, okay. Okay, let's go, guys. Ich auch. Let's go, guys. In fünf Sekunden geht's los. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Los! Eins, zwei, drei. Komm, Janusz! Komm, Janusz! Sechs, sieben. Oh Gott, meiner macht den Schlaf. Mein Gott. Mein Gott. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 19, 20, 21! Jaaaaaaa! Reicht, 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 reicht! Stark. Scheiden, Hamburger zu sein, oder? Yes! Stark, mein Bruder! Mein Bruder! Geil, Alter! Jetzt kriegt Janusz sein großes Geschenk, Digga! Jetzt kriegt Janusz sein großes Geschenk! Bist du bereit? Bist du bereit? Alles wird gut heute! Wir haben jetzt eine weitere Duo-Challenge. Die erste habe ich gewonnen. Wir beide gehen jetzt wieder auf die Suche nach zwei Leuten. Ich einer, du einer. Und wer das coolere Geschenk von der Person bekommt, hat die zweite Challenge gewonnen. Du entscheidest, was für ein Geschenk ich von dir bekomme. Okay. Alles. Aber es muss halt am Ende, du kannst mir geben, was du willst, aber es muss am Ende cooler sein, als das Geschenk, was er noch nicht bekommen hat. Okay. Okay, 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 okay. Er holt was aus deiner Bauchtasche. Ich habe gelbe, rote Kattel. Oh mein Gott. Beide? Stark, mein Bruder. Aber wann soll ich die zeigen? Wann zeige ich die rote, wann zeige ich die gelbe? Gestern Abend. Bei welchem Trikot zeige ich die rote, bei welchem Trikot die gelbe? Bei Dortmund zeigst du rot. Okay, sehr gut. Bei Dortmund zeigst du rot, ansonsten super. Okay, super. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Ich habe eine gelbe und eine rote Karte. Das muss Hamed übertreffen. Ich frage jetzt eine Person, macht absolut gar keinen Sinn, die hat niemals irgendwas dabei. Entschuldigung, eine Frage. Und zwar mache ich gerade einen Wettbewerb gegen meinen Freund hier, der im Hintergrund steht. Und wir machen quasi ein kleines Duellchen. Und das Duell geht um folgendes. Er hat sich wen gesucht, der ihm ein lustiges Geschenk gegeben hat. Und ich muss jetzt wen finden, der mir ein lustigeres Geschenk gibt. Und dann habe ich gewonnen. Hätten Sie zufällig irgendwas? Ja, natürlich. Ich habe etwas ganz Wunderbares. Und zwar drei positive Gs. Geliebt, gesegnet, gerettet. Ich hoffe, Sie sind geliebt, gesegnet und gerettet vielleicht noch nicht. Dann erfahren Sie hier den Hintergrund. Und wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, können wir seine Liebe und Vergebung erfahren und uns auf die Ewigkeit mit ihm freuen. Und ich bin Gründungsmitglied von Bibel TV und habe einen Vortrag gehalten beim Gesprächsforum Leben und Glauben zum Thema Leben ein Gewinn. Und dann, Fragezeichen, da sprechen wir über die Tabuthemen, über das ganze Leben, über Glaube, über Sexualität, über Krankheit, über Sterben, über Tod. Und ich bin seit 2009 Witwe und freue mich, dass mein Mann bei Jesus ist. Und da will ich auch mit und Sie alle einladen, okay? Er wurde das gewonnen. Ich habe gewonnen. Bitte schön. Dankeschön. Danke. Sie haben mir quasi zum Sieg geholfen in diesem Duellchen. Ja, genau. Das freut mich sehr. Wo kommen Sie her? Aus Deutschland. Ja, und was ist Ihr Ursprungsland? Ah, ich bin Deutscher, 100%. 100%? Ja. Haben Sie noch, wir haben etwas jüngere Zuschauer, haben Sie noch irgendeine kleine Message, die Sie den jungen Leuten geben wollen? An welche jungen Leute geht das? An unsere jungen Leute. Okay. Ja, die Message ist, dass wir wirklich ein Leben führen mit Liebe und Vergebung. Oh mein Gott. Danke, umarmen. Ja, ja. Ja, und das Wichtigste ist, dass wir lernen uns hier... Darf ich noch mal eine Nummer machen? Schön gesagt. Danke sehr. Zitat, Ende. Auch Christen oder Moslems? Ja, Christen. Aha. Und wo kommt das jetzt hin? Auf YouTube. Ach, gut. Ja, genau. Das sind ja junge Leute. Ach, das sind junge Leute. Genau. Ja, genau. Kriege ich das dann auch zu sehen? Ja, Sie können das nachschauen. Ja, Sie können das nachschauen auf dem Kanal. Können Sie sich gerne aufschreiben oder so? Ja. Elias N97. Und genau so heißt der Kanal. Und dann, wenn Sie Internet haben später zu Hause, können Sie das einmal aufsuchen. Das ist dann der Kanal. Also, das ist der Kanal. Genau, Elias ist mein Name. Ach, Elias. Elias, ja. Ja, das ist ja wunderbar. Okay, sehr schön. Ich wünsche Ihnen dann was, ja? Ja. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Okay, Ahmed hat gewonnen, Digga. Ey, Eli, ich habe die neuen Abonnenten geklärt. Ich habe gewonnen. Freude siehst du. Ja, habe ich ehrlich gewonnen? Ja, du hast wirklich gewonnen. Bruder, ich dachte, sie gibt mir niemals was, ne? Ja, ich schlöge. Dann, ich sage dir ehrlich, sie hatte nichts mit. Ich habe gehofft, sie gibt mir Geld. Aber ich sage dir eigentlich was. Ich sage Geld. Ich habe gehofft, sie gibt mir Geld. Sag euch ehrlich. Wir machen alles entscheidende Challenge jetzt. Ja, wir machen jetzt die alles entscheidende Challenge. Und die ist, es gewinnt der, der die Person findet mit der gottloseren Malle-Story. Das heißt, du suchst dir eine Person mit einer Story. Ich suche mir eine Person mit einer Story. Wir dürfen die aber vorher beide nicht hören. Wir fragen erst mal, ob er eine gottlose Story hat. Du musst einloggen. Du musst sagen, okay, seine Story nehme ich, egal wie sie ist. Und dann suche ich mir eine Person mit einer hoffentlich gottloseren Story, okay? Das entscheidet alles. Hast du eine gottlose Malle-Story? Die dir gerade ganz spontan in den Kopf kommt? Hast du eine? Ganz schlimm, ganz schlimm, ja. Ja? Okay. Ich habe dich jetzt, ich habe dich eingeloggt, okay? Du gewinnst, du gewinnst. Ich habe dich eingeloggt, Bruder. Du gewinnst. Entschuldigung, Bild. Hast du eine Sekunde? Ja, natürlich, bist du Hamid, ne? Ja, 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 was geht ab, was geht ab. Bruder, okay, ich und Omed machen gerade ein Battle, ne? Und Omed, siehst du da? Ja. Er hat sich eine Person rausgesucht. Eine gottlose Malle-Story erzählen. Ja. Und ich suche mir jetzt eine Person und du, hast du eine gottlose Malle-Story? Gerade eben passiert, Bruder. Bruder, okay. Und ihr werdet die beide erzählen und der mit der gottloseren Story gewinnt. Weiß er, Schweine? Ich bin gerade meine Kollegen verloren. Okay, nein, das soll ich nicht sagen. Okay, ey, ey, ich habe einen. Ey, wer will zuerst seine Story erzählen? Ich würde sagen, er. Okay. Seine Stimme ist komplett weg und er sagt, es ist gerade passiert. Es ist gerade eben passiert. Okay. Also wir haben 1300 Euro versoffen und wir wurden gerade von den dunkelhäutigen Barkeepern verhauen. Weil wir gerade eben aus... Ihr wurdet verhauen? Wir haben gerade eben leer getrunken und er hat direkt gesagt, gebt mir bitte das, also wollt ihr was nächstes bestellen? Und wir haben gerade gesagt, ey, wir haben gerade eben leer getrunken. Und dann hat er gesagt, ihr fliegt jetzt raus. Dann haben wir gesagt, warum? Also wir haben versucht, Englisch zu erklären, aber es ist total laut da drinne. Und dann wurden wir verwuchtet und rausgeschmissen. Ehrlich jetzt? Ihr wurdet geschlagen? Was? Ja, mein Gott. Also ich habe denen ganz ehrlich versucht zu erklären, wir haben gerade eben ausgetrunken. Ja. Aber natürlich ist das Geschäft so, die wollen alle natürlich trinken. Ja. Und diese Plätze sind natürlich gerade sehr voll. Und weil wir gerade eben erst eine Säule leer getrunken haben und die wollen natürlich andere Gäste da haben. Ja, ich verstehe. Wo sind die? Wo sind die? Komm, wir packen die haben mit. Ja, nein. Wurde ein gebrochener Kiefer, reicht schon. Ja, das war die Story. Okay, das stimmt. Das habe ich schon gekriegt. Okay, jetzt ist dein Mann. Ja, Bruder, hör zu. Ich habe gerade einen kleinen Teaser bekommen. Hinsetzen und zurücklehnen und genießen. Jetzt haben wir Finch in der Mega... Wie heißt das? Mega Arena. Und wir sind an einen Tisch gegangen, weil wir keinen Platz hatten. Und da waren halt drei, vier Frauen und so. Und wir haben uns gedacht, so okay, alles gut. Auf einmal habe ich gemeint, ey, mir ist schlecht. Ich will an die Promenade. Achtung. Mutter und Tochter sind mitgekommen. Nicht nur an die Promenade, jetzt sogar in meinem Hotelzimmer. Ich habe es nicht verstanden. Was passiert? Ich habe Mutter und Tochter. ins Hotelzimmer mitgenommen. Mutter und Tochter? Ja. Niemals. Gestern, Finch. Das ist asozial. Und wie war es? Ich habe zu denen gemeint, mir geht es nicht gut, komm mit an die Promenade. Dann sind die mit an die Promenade. Und dann habe ich zu denen gemeint, ja, wenn ihr wollt, wir können nicht nur am Meer chillen, wir können zum Beispiel ins Hotelzimmer. Mutter, Tochter sagen ja zu mir. Was redest du? Ich habe den Check-Bot gezogen. Wallah, ich habe den Check-Bot gezogen. Und dann? Ja, was dann? Was dann? Nein! Nein! Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, egal welche Story kommt, ich habe gewonnen. Du hast gewonnen. Man muss sagen, Omed hat gewonnen. Damit steht es 2-1. Der Typ, der gerade die Story erzählt hat mit Frauen, mit Mutter und Tochter, ist jetzt wieder mit einer anderen, die er hier gerade kennengelernt hat. Ich habe gedacht, ich habe die ganze Zeit gedacht, der labert. Aber kann sogar sein, er hat schon einen guten Rest gezeigt gerade eben. Ich sage ehrlich, aber schon. Aber, Digga, ihr merkt, Mann ist ehrlich gottlos. Ihr müsst überlegen, normalerweise, wenn wir solche Videos drehen, brauchen wir echt lange, um Leute zu finden, die mitmachen. Hier, du sprichst eine Person an, die macht mit. Es ist so krass. Digga, wir gehen jetzt so ein bisschen rum. Omed nimmt sein Video auf, wie ihr seht im Hintergrund. Ich muss sagen, hier ist krasser im Vergleich zu den ganzen anderen Plätzen, wo ich war bisher. Weil, du kannst wirklich jeden ansprechen, du kannst mit jedem so Spaß haben, weil alle lockert drauf sind, das ist cool. Aber ein paar sind ehrlich zu betrunken. Also wirklich so daneben. Und hier wird auch viel getindert, sage ich mal. Also hier ist viel Frauenjagd, Männerjagd und so. Ein bisschen unangenehm, würde ich mal. Bei dem jungen Mann, hier rechts. Hier hat die gerade über den Schwanz von ihrem Freund geredet. Ja, hat sie. Ja, Mann. Omed und ich haben jetzt einen Trikottausch gemacht. Omed hat das Spiderman-Trikot an. Sag nicht so viel. Es wird nicht so viel darüber geredet. Äh, waaah, Cousin. Cousin. Digga, du hast bei der Hälfte der Leute hier das Gefühl, dass die zusammenbrechen. Ernsthaft. Alle zwei Sekunden taumelt einer an dir vorbei. Und das finde ich ein bisschen eklig, sag euch ehrlich. Guck mal da hinten. Alle zwei Sekunden, Junge, ist es so heftig, ne? Digga, ist er überhaupt noch am Leben? Digga, Bruder, guck mal. Es wird immer schlimmer. Ehrlich, es wird immer schlimmer. Go crazy. Ah, hier, hier, hier. Ey, ey. Ey, ey. Oh Gott. Dance battle. Dance battle. Hey. Oi, 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 oi. Oh. Okay. Oh, okay. Wir gehen jetzt noch was trinken und dann zum Highlight des Tages gehen wir zum Auftritt von Kalle. Er tritt im Megapack auf. Da soll es schlimm werden. Da soll es... Oha. Ey, du musst es jetzt machen. Komm. Jawoll. Jawoll. Uuuuuhh. Du hast ihn nach Hause geschickt. Du hast ihn nach Hause geschickt. Ey, Adam hatte 770. Wie fahrst du? Wie fahrst du? Wie viel ich schätze? Machst du mehr oder weniger? Weniger, Bruder. Adam brech. Sag 500. Ich sag, du machst lecker. Ich geh über. Ich hab so voll. Oh mein Gott, wie schlecht. Halt's mal, Junge. Halt's mal, Junge. Halt's mal, Junge. Sag, Omid, sag dir ehrlich. Bei dir ist, ich schätze... Ich sag unter 600. Ach was. Oh, das war sogar stark. Oh, boom. Oh mein, Digga. Letzter Platz. Bro, can you say one time, Ay, loco. Ay, loco, bro. Let's do together. You have to do like this. Ay, loco. Like this. Like this. Ay, loco. Ay, loco. Ja. Meint ihr das ernst? Ich komm nicht rein? Ja, bro. Es wird's cool. Ich sag, ich komm schon nicht rein in Megapark. Dass sie mich einmal umstylen müssen. Also, wie heiß ich denn? Yeah. Umut. Er sagt, Umut. Er sagt, wie heiß ich denn? Er sagt, er weiß nicht. Ich bin nicht mal FIFA-Player. Er hat Umut zu mir gesagt, Bruder. Ja, was ist Umut? Er sagt, wer bin ich denn? Er sagt, um, kein recht. Die wollen mich umziehen. Und guck mal, bitte zeigt das T-Shirt, was ihr mir holen wollt. Bruder, ich würd das niemals anziehen. Danke schön. Ich würd sich gerade in die Klippe aus. Nein, Digga. Ich kann das nicht anziehen, ehrlich. Ja, ich wollte fast ziehen, Digga. Sie sagt zu mir, ich seh gut aus. Ja, ist auch gut. Very, very good. Bruder, komm mal, wie kann man zu kurz leeren? Kann gar nicht rein. Ja, komm, hol das. Nein. This one. The shirt. The shirt and the Brille and the cap. Ey, Umut, du hast vergessen, was zu holen. Bruder, Schutz. Hier sind passende Kondome für dich. Oh mein Gott, geil. Er hat immer Schwierigkeiten gehabt, das zu finden, Bruder. Ey, es gibt doch was für mich, Digga. Zeig mal. Voll nicht, Digga. Ticke. Voll nicht. Ich dachte, bei dir passt gar nichts. Hä? Bro, ich hoffe, das passt, Digga. Ja, probier mal aus, Bruder. Aber du kannst nicht direkt sagen, dass das für dich passend ist. Ich hab eigentlich 4XL, aber... Ja, ich kann ausprobieren. Für mich gibt es auch eins, guck hier. YouTube. You suck, der Dame da. Geiler, geiler Witz, ey. Genau in dieses Gebäude gehen wir jetzt. Das ist der Megapark. Sieht eigentlich von außen ehrlich fresh aus. Aber ich muss sagen, mir wurde gesagt, wird schwer für mich, ohne Alkohol zu trinken. Deswegen hab ich jetzt als Lösung... Nein, Spaß, ich trink das nicht. Das war auch nicht. Er trinkt wirklich nicht, ja. Malegalle! Sehr gut, Bruder. Wie geht's dir? Sehr gut, Bruder. Ich freu mich, ja. Bist du erst mal Mallorca? Ja, das ist auch nur wegen dir. Nein, lügen nicht. Nur wegen dir. Ey, die meinen, aber ich halte es nicht aus, ohne zu trinken. Stimmt das? Nein, Mann. Seid ihr euch dessen bewusst, dass dieser Mann um 20.30 Uhr den legendärsten Clothing-Auftritt hat von ganz Megapark. Malegalle! Malegalle! Ich hab ein gutes Trikot gespottet. Das erste gute Trikot hier. Sehr schön. Der Artista, ey? Amigo der Artista. Ja, hi! Kalle hat uns reingemooft. Was ein Player. Hey, Kalle, W. Oika, W. Heinrichs. Schön, Mann. Tschüss. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Bruder. Musik ist natürlich, aber ich hab auch nichts Krasseres erwartet oder so. Dinger, wir sitzen hier. Let's get up! Let's get up! Let's get up! Es geht so eine Frau an mir vorbei. Original, was sie bei mir macht, so. Ich will mich noch einmal so anpassen, dass ich mir zu halten habe. Ich hab die Binde. Ich hab die Binde von Adam bekommen. Mann, ich krieg die Binde! Ja! 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 Schass auf! Hört das Wort aus Level? Ja. Ja. Ja, Level 9, Bro. Geht besser. Ich hab erst seit einer Woche, Dinger. Verteidigung ist stabil, aber auch wenn sie krass. Bruder, ich... Nein! Was? Ich spiel nicht so. Ich spiel auch... Weißt du, wie krass der ist? Der hat bei mir... Ich geb dir eine... 5 von 10. Bruder, ich hab 1.000 Euro reingestellt. Hast du 5 von 10? Ja, ich spiel von 10, Bruder. Was soll ich sagen? Wie viel soll ich hier reinstecken, Bruder? Ja, je nachdem, was du haben willst. Also... Was? 5 von 10? Dann könnt ihr mir das alles gegenheben. Ich werd mir nach... Ich sag dir... Woher kenn ich dein Gesicht? Sie sag, wir haben letztes Jahr schon rumgemacht. Ich sag, ey, dann können wir's ja dieses Jahr auch machen. Sie sag, nee, dieses Jahr bin ich anständig. Ich sage, das ist ein Junge. La 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 la, es war der Mutlerkau. La 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 la. Es gibt jede Frau, die dich nachfragen. La 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 la, es war der Mutlerkau. Das geht lauter! Du hast die Döpter! Ein, den Flagg nach Wurst! Und wir sollen uns hier! Wir gehen zu der Ereignisse! Dipp, 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 dipp. Oh Gott, sind wir wieder Puppa? Wir sind raus, ich sag euch ehrlich, ihr musste auch langsam sein, ich hab echt Kopfschmerzen bekommen und ich bin, ich halte sehr viel aus, ne, also wirklich sehr viel. Du hast gesagt, du bist der krasseste Typ, der feiern, was Feiern angeht. Ja, was Feiern angeht, Bruder, wenn ich feiern gehe, ist es komplett ein Absturz, aber. Guck mal, wo wir hingehen gehen, ja, guck mal, wo wir hingehen. Ey, Bruder, bitte, ich werde so ne Magen-Darm-Vergiftung bekommen. Digga, das ist der ekelhafteste Burger King, in dem ich jemals in meinem Leben war. Also, Bruder, schlimmer geht's nicht, die Plätze sind alle leer. Digga, ganz schlimm zu hinsetzen, es ist wirklich ekelhaft. Ich sag jetzt, mein Taxifahrer, mein Lied, Leute. Scheiß auf meine Ex, sie ruft mich heute an, Mann. Ich schlafe nie wegen Stream, wie der Sandmann. Ich liebe nur Geld und meine Mama, das ist klar, Mann. Hast kein Pfarrer, aber kauf sie's nach in über Klananau. Halt die Frauen um mich rum, aber keine Interessante. Jetzt. So, ich bin jetzt auch wieder zurück. Der Burger war okay, ich sag euch ehrlich, war nicht so schlimm, wie es da aussah. Ich bin jetzt aber kaputt, Tag zwei von Malle ist fertig. Montag bin ich wieder da, das heißt, Montag gibt's wieder Stream. Passt einen Daumen nach oben da auf dem Video, wenn's euch gefallen hat. Hamed Lokow, den Ballermann. Ich hab so ein bisschen versucht, so von beiden Seiten von Malle was zu zeigen. Ich hoffe, das ist auch gut rübergekommen. Also Malle ist auf jeden Fall auch ein schöner Ort, um Zeit generell zu verbringen oder Urlaub zu machen. Man muss ja nicht unbedingt auf den Ballermann gehen. Ich finde immer, wenn man von Malle spricht, denke ich zumindest immer an Ballermann. Aber das ist nicht nur Ballermann. Ballermann ist so, ja, einfach zu bekannt. Ich persönlich finde Malle aber sehr schön als Urlaubsort, ohne den Ballermann. Ballermann ist auch okay, ist ne Erfahrung, aber das wird auch mein letztes Mal gewesen sein dort. Tschüss.